Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist eine Premiere, heute ist das fünfteste Acrylbild, das ich gemalt habe. Diesmal nicht ein Pooling, sondern ein abstraktes Bild. Es ist inspiriert nach einem abstrakten Künstler, John Begley, den ich unten verlinkt habe. Schaut da mal nach, der ist ziemlich interessant, der macht geile Bilder und vielleicht kann ich ja durch meine Bilder auch andere motivieren, mal das Malen auszuprobieren. Probiert das einfach mal aus, macht wirklich Spaß. Ansonsten sage ich danke für die Unterstützung. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, da verpasst ihr kein neues Video von mir. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis dann, euer Lanix. eine Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.